Wir sollten uns Sakharas Turm-Fähigkeit oder Briel's Ressourcenverstärkung zunutze machen. Ne. Achtung, alle Dinge im Anmarsch. Auf Boost-Türme kann andere Türme bauen. Doch, echt. Diese Boost-Türme sind Schenk des Himmels. So, jetzt müssen sie da rum. Dann stellen wir... ...einen hier. Und dann stellen wir so Ohren hier. Dann stellen wir so Ohren hier. So, jetzt gehen sie mir da nicht mehr auf Fix. Dann machen wir das anders. Dann machen wir den wieder weg. Dann machen wir da an hier. Und machen wir da an hier. Dann machen wir das gleiche. Machen wir. Ja, muss ich so laufen lassen, genau. Dann stellen wir den hier. Ja. Aber die Stunde ist es. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach du meine Güte, ich habe eine neue Alien-Art identifiziert. Sie kann sich heilen, sobald sie keinen weiteren Schaden erleidet. Unsere Türme müssen sie unter Dauerbeschuss halten. Oh, und um uns zu helfen, habe ich jetzt den Erschütterungsturm freigeschaltet. Er richtet gewaltigen Schaden bei all den... Bei mir, oder was? Bei mir, oder was? Bei mir, oder was? Oh ja, das glaub ich... Auch hier... Oh ja, das ist... Oh ja, das ist... Das war's für heute. 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 Ja, ja, denke ich mal. Denke ich mal. Ja. Nee, nee. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.